Verlässt ihr... ...re Festung? Warum? Musst du doch gar nicht. Armes Mädchen. Na gut. Okay, dann gucken wir uns mal die Kanone an. Es ist als ob ich hier schon... Huch, ich kann ja, ich kann speichern. Als ob ich Wendy schon besiegt hätte. Okay. Bosskampf übersprungen? Nein, ich glaub nicht. Ich denk mal, den muss ich eh noch machen. Aber das ist schon okay. So, Strandfeeling, Inselfeeling. Und im Hintergrund ein Berg. So, dann gucken wir mal, ob es hier noch irgendwelche... Ah, Welt 6. Welt 6 war da auch die Bergwelt, oder? Oh, cool. Hat man ja extra einen Hintergrund gemacht? Nice. Das ist cool. Wieder mal sehr schön. Okay, so. Hm. Könnten da noch Blöcke versteckt sein? Eventuell schon. Na, da und... Hopps. Nöööö... Nein, doch nicht. Okay, dich nehm ich mit. Wir sollen hier nach oben. Na los, Mario. Streng dich an. Streng dich an. Hier vielleicht? Yay, ein Leben. Wuhu. Diese Kanonenwäldern sind unglaublich freundlich. Ähm. Ja. Hier noch irgendwas? Irgendwie nicht. Nö. Okay, das war's dann wohl. Jupp. Hier rechts unten vielleicht noch? Nein. Okay, dann. Gehen wir zur Karte zurück. Und schauen uns mal. Nochmal. Nein. Wenn die Kooper schloss an, würde ich sagen. Nicht. Nicht. Schon wieder die Kanone. Und ja, ich weiß. Ich muss mich irgendwann mal... Oh, okay. Die Leben werden nicht gespeichert. Also brauche ich hier gar nichts damit. Ich muss mich irgendwann mal mit den Kanonen beschäftigen. Und mal in jeder reingehen. Aber erst, wenn ich auch bei den anderen Leveln schon war. Also hier. In Welt 6. Frühestens. Okay. Na dann. Nochmal. Fest oben. Und ich habe keinen Pilz. Verdammt. Na gut. Der... Die schwierige Sternmünze am Anfang wurde Gott sei Dank gespeichert. Dann sollte es nur noch halb so schlimm sein. Knauendrock, hilf mir mal ein wenig. Danke, danke, danke. Ah, freundliche Geister. Sie sind doch hier nur dazu verurteilt rumzuwandern. Ruhe los, seelenlos und fleischlos. Da kann man ihnen doch eigentlich gar nicht so übel nehmen, dass sie manchmal etwas schlecht gelaunt sind. So, hier. So, hier. Und? Noch eine Feuerblume. Okay. Und schon sind wir wieder bei der Hälfte. Das ging fix. Na, verdammt. Schon wieder. Habe ich mich treffen lassen? Ähm, okay. Es geht auch hier oben rein. Hm. Ah, nee. Hier wäre ich wahrscheinlich rausgekommen, wäre ich runtergesprungen. Äh, muss ich nach links oder muss ich nach rechts? Ähm, ist hier was drin? Jep. Ein Leben. Sehr nett. Cool. Huch. Äh. Ah, ja. Okay, ich kriege es trotzdem. So. Gibt es hier irgendwas? Nö. Nö. Wir gehen weiter nach oben. Weiter nach oben. Immer weiter. Hoch die Leiter. Äh, des Erfolges. Au. Äh. Solche Spitzen im Rücken sind ganz schlecht für meine Wirbelsäule. No. Verdammt. Okay, das kann ich besser. Hm. Schnappen wir uns mal einen Pilz. Und los geht's. Auch wenn, wenn die Okupa ihre weiße Fahne schon gehisst hat. Ich denke, sie wird trotzdem mit Tee und Keksen auf uns warten. Und äh. Ich bin wütend. War hier ein Porton? Ja. Warum habe ich mir das letzte mal nicht genommen? War ich doch noch Feuer, Mario? Und ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber hier ist, ist hier wieder ein Leben drin. Das wäre nice. Yay. Sehr schön. Okay. Gut. Das können wir also so oft, wie wir wollen, wiederholen. Ich werde niemals komplett drauf gehen. Okay. Das hatte ich eigentlich sowieso nicht vor. So früh im Spiel. Ah. Ich freue mich ja so auf die Special Level. Oh. Die werden bestimmt überhaupt nicht schwer. Ja. Nein. Wo denke ich denn hin? Huch. Ups. Äh. Hier ist aber nicht viel Platz. Ups. Weiter nach oben. So. Eine Sternmünze fehlt noch. Ups. Hm. Da rechts war irgendwie Platz. Gucken wir mal. Rechts hoch? Näh. Kann ich vielleicht mit dem Stern hoch. Aber ansonsten. Ähm. Hm. Dort nach oben. Das würde mich interessieren. Und. Oder hier. Ja. Okay. Hier ist auch gut. Oh. Danke sehr. Schön. Okay. Wo bin ich hier? Ähm. Bei der Boss-Tür. Ah. Okay. Man wäre wahrscheinlich unten rausgekommen. Gut. Dann würde ich sagen. Wenn die. Bist du so nett und gibst mir ein Power-Up. Yay. Ich. Alter. Fuchs. Ich. Finde ich das einfach so. So unglaublich gut versteckt. Na los. Oh. Hallo Wendy. Äh. Nein. Mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Stirb. Wuhu. Nein. Ah. Mitten rein. Ich wusste es. Natürlich. Huch. Nein. Du darfst nicht. Ja. Yay. Ich hab das Spiel gebackt. Wuhu. Wuhu. Ihr wisst was das heißt. Ey. Ich bin gleich wieder da. Toll. Und ich kann mich nicht mehr umbringen hier. Man hat den tollen Donut. Ja. Einfach rausgeschnitten. Ich glaub da ist ein Kooperling irgendwo runtergefallen. Wo er nicht sollte. Na gut. Wir sehen uns dann gleich wieder hier beim Kampf. Wenn's dann richtig losgeht. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hat nicht lange gedauert. Für euch noch viel weniger als für mich. Okay. Na. Kleines Prinzesschen. Wusste gar nicht, dass du so. Wow. Kannst du mal aufhören so offen zu springen? Fiese Sache das. Nein. Du bist viel zu schnell. Viel zu schnell. Oh okay. Nein. Du darfst nicht. Wuhu. Es ist dir nicht erlaubt zu zaubern. Nein. 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 Zack. Sehr schöner Kampf. Danke dafür. Und sie wird hin und her getragen. Und weg. Das ist die Prima Ballerina. Das einzige Kooperling Mädchen. Alle anderen sind Kerle. Die Arme. Na gut. Und ich darf nochmal speichern. Wunderbar. Ich liebe es zu speichern. Okay. Gut. Dann sind wir jetzt in Welt 4. 4. Auf geht's. Wuhu. Äh. Yay. Eine Münze. Wahnsinn. Gibt es hier noch mehr? Gibt es hier noch was? No. No. No no. Hier gibt es nichts mehr. Ein Unterwasserlevel. Wie schön. Und selbst die Blöcke. Gleiten. Sehr schön. Äh. Bloopers. I hate Bloopers so much. Die sind doof. Ich mag die nicht. Ähm. Hier geht es nicht rein. Oh. Huch. Gut. Äh. Stern. Münze. Meins. Da war ein Blooper. Nein. Ich sag doch. Ich mag die nicht. Okay. So. Haben wir noch tolle Powerups. Jupp. Noch ganz viel davon. Ich brauch unbedingt Propellerpilze. Mehr Propellerpilze. Braucht das Land. Und ich brauch mehr Leben. Also das mit den 99 bis Ende Welt 4 wird wohl schwer. Ich denke es wird auch schwer überhaupt 99 Leben in diesem Heck mal zu kriegen. Außer ich suche jetzt extra Leben. Das könnte man natürlich machen. Oh. Ist ungemein viel besser. Oh. Stimmt. Blooper mögen es ja nicht eingefroren zu werden. Na gut. Wer mag das schon. So. Ach. Das war nur so ein Blooper Baby oder wie? Oder hat mich doch die Muschel gekillt? Nein. Warum können die durch Wände? Verdammt. Oh. Stachifisch. Nein. Nein. Gehst du weg? Oh. Hier könnte man vielleicht als Mini-Mario rein. Gut zu wissen. Oh. Ich hoffe ich erinnere mich noch daran. Wenn mir eine Münze fehlen sollte. Hm. Da oben kommt man doch bestimmt rein. Bloopies. Ja. Super. Sperren mir den Weg. Ach. Gut. Huh. Geschafft. Okay. Ah. Ein. Wäh. Ein Rätsel. Das ist irgendwie zur Zeit mein Lieblingsausruf. Wäh. Weil ich alles immer so unglaublich knapp mache. Aber das ist natürlich nur Show. Alles so gewollt. Immer. Generell. Nein. Greif mich nicht an. Wäh. Kann das sein? Wow. Puh. Toll. Komm ich hier rein? Nein. Kann ich nicht. Die Gegner sind echt fies. Die Verfolgerfische. Ah. Die Hälfte. Die Hälfte. Ja. 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 Super. Und. Ein Power-Up? Bekomme ich ein Power-Up? Oh. Das wäre so toll. Danke. So. Hier geht's nicht rein. Muschel, schließe dich. Äh. Das war... Nein. Ich kann dich ja nicht ein... Äh. Ja. Ich wurde gefressen. Kein Problem. Mario kann mehrmals gefressen werden. Hilfe. Wow. Muscheln. Die runterfallen. Okay. So. Hier kann's... Kann man bestimmt rein. Nee. Kann man nicht. Ich will noch einen Penguin-Anzug. Hello. Äh. Das wird nix. Komm schon. Hm. Nein. Keine Chance. Ein ganzes Blooper-Level. Hilfe. Oh. Wow. Hey. Viele Münzen. Schön, schön. Aber ich muss weg von dem Bloopern. Los weg. Oh. Ein Leben. Ähm. Ja. Geh mal bitte nochmal auf. Wow. Und raus. Sehr schön. Ähm. Okay. Das sieht aus wie die letzte Röhre. Geht's hier vielleicht rein irgendwo? Nein. 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 Ich will mich nicht treffen lassen. Okay. Wir suchen die letzte Münze hier später. Hm. Vielleicht hier unten? Au. Hey. Ich hab Dreck an den Kopf bekommen. Ich hab ein Ball voll Dreck. Ich hab ein Ball voll Dreck. Uhu. Um einen sehr schönen Film zu zitieren. Und dann... Ich hab Dreck.